Ich freue mich, wie quick, aber fischte mich ohne Letzten. Achtung statt. Der Letztenlauf, wie den Räckli war der Kursen der Liebe. 15 Jahre, 15 Jahre, liebe. Und es führt, Hier kommt Kama Heftströmler von Mestralano. Und Favorit ist momentan an der fünften Stelle Neubitli. Doch an der Seite 400m 1.10m. Stammt, noch relativ, 30. 50 Sekunden. A 400m. Le peloton Rebaktik, noch am besten. Passage am 1.30m. Ça va bientôt aller, beaucoup de minutes. Céline Böckel ist ganz vorne vom TV-Morren von Berlin-Dosnoyen. Pedicen von der neuen Weltkrieg Berlin-Dosnoyen Platz 3. La Favorit in der zweiten Position. Sie ist in der besten Position von der Saison 2.54, 2.59m. Eine sehr gute Prozesse, schon von 800m. Sie sind in der 60. Auch die Präzter der Ämteren. Wie wird eine sehr viel wertvolle unterzudenken? Wie wird das noch einmal vorgelegt? Wie wird das noch einmal nach oben gedreht? Wie wird das noch einmal vorgelegt? Auf den Schrank vonessee. Also, die Präzter der Ämteren aussehen. Kima schreit, schreit und schreit. Alle, alle! Das ist der Ding, der Pornigierer.